So! Den Tisch abräumen, Junge, bitte! Und zwar alles, was du dahingestellt hast. Becher, Büro, Müll, dann schon gerade mal weg rum, den Fuß auf den Sofa hauen. Und das ist ja auch ein Stückchen, da musst du ihn auszudrücken. Und das ist ja auch ein Stückchen, da musst du ihn ausdrücken. Das war's für heute. 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 Ja, gut. Das war's für heute. 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 Scheiße. Da machst du auch schon Fehler, Gabi. Ja, jetzt hast du gewonnen. Scheiße, Mann! Ich habe Fehler nicht gemacht, ich habe das Ding gewonnen. Ja, ich habe mich noch überschlagen dort in der Kurve. Ja, ja, ich bin da hinfass mich weggedreht, sonst hätte ich ihn gehabt. Ziemlich genau an der gleichen Stelle. Baby geht schwimmen. Fast. Sie ist halt gern feucht. Fast. 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 wie viel zeit haben wir überhaupt noch eine halbe stunde 40 minuten ok ich dann noch zwei folgen noch und dann sollte es heute gut sein zeit vergeht ganz schön ja das ist jetzt spontan aber gestern nicht weg konnten haben wir heute oh